müssen wir die hauptung schaustaus vorlesen ja dann geht's los starten wir ja heute werden wir über tiere reden aber auch wenn wir über tiere reden das ist für unterhaltungs und themenzwecke weil das ist root university das ist nicht die rom thomas university university was schon akkreditiert ist also wenn du ein medizinisches problem hast dann solltest du mit deinem arzt die ich besprechen wir sind nicht hier um etwas zu heilen aber dr ram ist hier um darüber zu reden wie man gesunde glückliche und besser funktionierende haustiere haben kann du wurdest ja in einer veterinärpraxis auch erzogen eigentlich also ja natürlich also eine dinge worüber ich viel rede ist dass rentieren ist es ganz interessant ich denke tiere haben seelen und es sind wie menschen sie kommunizieren einfach nur nicht gleich entschuldigung und da wir die wissenschaft haben und nanotechnologie dann dann wissen wir mittlerweile dass tiere kommunizieren können sie können dir sagen was sie bedrückt wenn sie etwas sie können mit ja und nein antworten oder ich liebe dich ich mag dich nicht sie können da richtig ein gespräch führen sie können sogar lesen auch wenn sie mal wütend sind auf sich das können sie auch sagen und vor allem wie tiere wie tilly hoch intelligent und unsere philosophie ist dass wir unsere tiere so gut ernähren wie wir uns selbst ernähren wir geben nährstoffe und vitamine für sie und unsere gerichte von was wir für die tiere geben das sind richtiges gemüse fleisch aus dem kühlschrank und wir geben unseren austieren auch unterschiedliche vitamine und mineralien grüne inhaltsstoffe und so weiter aber wir haben auch gesehen dass etwas nicht auf dem markt zu haben ist was den haustieren wirklich helfen könnte und die kombination von unserem hintergrund und unserer pharma und nahrungsergänzungsmittel hintergrund unsere kombination hat uns so eine haustier linie entwickeln lassen du hast die haustiere bio gehackt ich muss mir nicht muss also rüber mich lehnen damit ich mit dir sitzen kann du hast wirklich ein plan zusammengestellt genauso wie für die menschen eine serie die einfach die sämtlichen komponenten adressiert die sehr wichtig sind für eine gute diät für haustiere weil wenn man die hunde katzen zum beispiel anschaut sie sollten eigentlich roh ernährt werden was ganz schwierig ist für die meisten von uns wegen der zeit und es kann natürlich auch teuer sein wenn du mehr als einen hund hast oder katzen oder pferde ja mit pferden ist es ein bisschen einfacher aber wenn wir um uns haustiere kümmern müssen dann muss man natürlich sehr aufmerksam sein und es gibt unterschiedliche wege wie man die diät und lebensstil für die haustiere verbessern kann und ihr wohlbefinden verbessern kann und ihre leistungsfähigkeit und langlebigkeit und das sind die dinge die wichtig sind und was meine eltern mit ihren veterinärpraxis schon gelernt haben mit über 40 jahren der grund für fast alle probleme bei haustieren geht auf ihre ernährung zurück und es ist wirklich lustig wie man das auch auf menschen ummünzen kann wir leben im gleichen umfeld und wenn unsere diät schlecht ist und das das sagt uns was in uns und um uns herum passiert vielleicht sachen die nicht in uns sein sollten wie sie diesen prozess diktieren und bestimmen und wenn du veränderungen anstellst dann hast du dramatische veränderungen was du bei den tieren siehst und was wir beim menschen gesehen haben was dr gemacht hat und wir werden die ähnlichen reaktionen bei haustieren sehen du wirst vielleicht sehen dass die haustiere gesünder sind und länger leben ja vielleicht schauen ein paar formeln ähnlich aus auf papier aber die sind nicht gleich unterschiedliche konzentration unterschiedliches format animal pure clean platz sollte mehr den verdauungstrakt den darm betreffen und adressieren aber ich weiß natürlich was die tiere essen gras was sie essen was sie kauen dinge die weswegen man wirklich auch den magendarm trakt wirklich adressieren wollte und ich wollte eine linie spezifisch für sie kreieren das erste was für mich wichtig war dass es eine formel sein soll wie clean slate aber nicht clean slate und wir nennen es pure clean platz das vitamin c bei den inhaltsstoffen aber ihr wisst das gleiche mit clean slate und clean pads hat ein mineralienkomplex und orthosilikat mischung und silikatdioxid und unterschiedliche vitamine und mineralien die den körper unterstützen und sich darauf konzentriert den tieren zu helfen und ihnen zu bieten was sie brauchen damit sie entgiften und sich bereinigen können das ist ganz wichtig für mich weil weil es wurde unter uns wurde von tumor tumor diagnostiziert das habe ich schon oft gesagt und wir haben eine andere formel gemacht die ist ganz ähnlich wie clean slate ein bisschen anders gemacht und wir haben es zu ihrem futter gegeben und sie hat noch weitere drei jahre gelebt ob sie und man hat aber vorher gesagt dass sie nicht lange leben wird und er hat wirklich dann wirklich ein sehr glückliches leben noch gelebt und er hat sehr viel sehr viel gewicht verloren weil jorki und es hat so viel gegessen dass sie wie auch schreibt wie eine kaffeetasse aber das das sind natürlich war sehr interessant wie die tiere dann reagiert haben auf meine produkte und die formel das ich bin für mich ist das ganz wichtig weil ich mit den tieren so eine connection habe wir haben eine slide wo das sagt dass die viele hunde mit mineral defizienz haben einfach höhere überlebenschance mit einem mineral komplex was supplementiert worden war also es ist einfach mehr was wir hier haben als ein mineral komplex es hat bestimmte nährstoffe drin wie mineralien und vitamine die die hunde brauchen um eine gute ernährung zu bekommen und damit sie länger auch länger leben können wir kennen vitamin c wieso redest du nicht darüber wieso das so wichtig ist für das immunsystem der hunde zum beispiel das ist die einfache weil bereich weil vitamin c steht jeder das hat für die immunfunktion und antioxidant funktioniert bei menschen ist das ähnlich bei haustierern aber die entzündungshemmenden eigenschaften sind natürlich sehr sehr gut für die reduktion von oxidativen stress was noch ganz wichtig ist weil die hunde und katze sind ja draußen sind den dingen mehr ausgesetzt als wir naja drinnen und draußen das ist glaube ich ganz wichtig zu verstehen weil wenn du haustiere hast hast du haustiere die draußen sind mehr einige drin und manche die drinnen und draußen sind wie unsere ja unsere gehen wirklich rein und raus meisten müssen raus ja sollten sie das größte problem meistens dass die luft drinnen siebenmal verschmutzter ist als draußen also und wenn die viel drinnen sind dann werden sie die ganze zeit vergiftet von dem her muss man beides adressieren ja du musst beides machen aber ich wollte das noch unterstreichen weil ich weiß nicht ob ihr das wisst das richtige vitamin c richtig hergestellt verbessert die wundheilung und stimuliert die produktion von kodagen das ist was die verbindungsgewebe hilft und nur damit ihr wisst da war ein wichtiges ziel für uns weil wir wollten dass die tiere kollagen produzieren können mit pferden hunden und katzen da gibt es ein problem mit dem für sie und mit dem bindegewebe und deswegen war das so wichtig für uns dass wir das machen können und montag mit unserem abs call werden wir besprechen wie wir diese haustierprodukte starten können und herausgeben können und wir wollen euch vorher natürlich darüber schulen und da geht es um eine veterinärklinik wissenschaft und wie wichtig es für die katzen war mit vitamin c versorgt zu werden weil das hat kollagen in ihrem wundgewebe verbessert und die wundheilung verbessert und ich denke darüber haben wir gar nicht so oft gesprochen vitamin c ist auch sehr wichtig für die haut und für den ganzen körper und von dem her ist es ganz wichtig dass jeder versteht shedding kann das wirklich auch reduzieren das hasse ich bei den hunden und natürlich auch alterung reduzieren und das ist bei clean slate und clean platz natürlich sehr wichtig und ich wollte euch sagen dass wir uns auf darauf extrem konzentriert haben und jetzt kommt der lustiger zu sein orthosilkieselsäure ist einer der wichtigsten inhaltsstoffe in unserem umfeld es wird so oft verwendet es gibt gute und schlechte typen davon und viele arten und weisen wie man damit arbeiten kann ich habe mit dieser formel gearbeitet ich wollte unbedingt die gelenke die gesundheit der gelenke sehen entzündungen und schmerzen viele tiere haben arthritis und werden nicht behandelt und viele haben schmerzen und die menschen wissen das nicht ganz viele tiere ich glaube sieben und 76 prozent haben oder 72 haben unterschiedliche gelenksschmerzen und niemand macht etwas dagegen weil auch die tiere können ja kommunizieren aber nicht so wie wir und dieser seite geht es bei der studie mit pferden wo ihnen täglich ergänzungsmittel mit orthokieselsäure gegeben wurde für sechs monate am ende des studio zeigte sich bei pferden eine deutliche verbesserung der gelenksgesundheit wenn man die kombination von vitaminen und anderen mineralien anschaut ist es so wichtig dass die leute erkennen wie wichtig diese inhaltsstoffe sind vor allem wie sie gemacht wurden für diese formel am ende der studie geht es in der slide darum dass die hunde eine große reduktion von gelenksschäden gezeigt haben und darum geht es entzündungen reduzieren und gelenksschmerzen reduzieren aber tiere haben ja auch eine höhere chance an krebs zu erkranken vier mal größer mit haut 83 prozent mehr höhere wahrscheinlichkeit und es ist ganz wichtig dass sich nur die gelenke sondern auch den ganzen körper beeinflusst um dass man dann wirklich die krebszellen da loswerden kann für die tiere eine einfache konklusion wieso sollten sie eigentlich mehr wahrscheinlichkeit für krebs haben wenn sie im gleichen umfeld leben wie wir erstens genetisch zweitens sind sie mehr umweltgiftstoffen konfrontiert sie sind dort wo sie pestizide sind drinnen draußen ja aber hier sind dinge ausgesetzt die auf dem boden sind da gibt es sehr viele pestizide da habe ich euch schon gesagt pestizide bleiben die gehen nicht weg dann muss der körper helfen den körper dass der körper die los wird und clay hat recht es ist es ist ähnliche nicht ähnliche wahrscheinlichkeit aber hunde können auch krank werden werden sie auch im drinnen leben es sind kleiner natürlich und reagieren natürlich dann schneller ja erklärt das das muss man erklären nochmal glaube ich also wenn du hunde oder katzen hast eine kanarienvögel die sind die leute wurden auch dem es war eine studie kohlminen äh wo die kanarienvögel gestorben sind die leute sind haben gelebt aber sie haben nicht verstanden dass sie auch äh sterben werden das gleiche die vögel sind ja schneller gestorben früher weil sie kleiner sind sie haben nicht so viel äh gebraucht um einfach zu sterben und äh was sie da eingeatmet haben war einfach zu toxisch für die vögel und sind verstorben also wenn du Tiere hast die Allergien haben oder Probleme haben das sagt dir was in deinem Umfeld genau passiert weil du bist dem ganzen genauso ausgesetzt und wenn du früh der Zeichen siehst dann kannst du noch anpassen aber wenn du das gleiche machst mit fortlaufender der Zeit ja willst du die gleichen äh Schäden erleiden und die werden bei dir genauso passieren deswegen musst du äh drinnen und draußen äh die Schadstoffe beseitigen und dann hast du etwas gemacht dass du sie schützt einer meiner Lieblingssachen und das sage ich nochmal was ich je gemacht habe in meiner Karriere dieses äh Produkt für Tiere und für Menschen zu machen aber wenn wir werden wir das schon zur Verfügung haben wenn wir äh die aus der Linie starten dann das wird verfügbar sein Koto ist etwas ganz wichtiges für mich ihr wisst wir haben ja Fashion Week gehabt und wir haben einen großen Push gehabt mit unseren äh Herstellern für unsere Textilsachen Kleider und das Wichtige was wir wirklich gepusht haben und darüber geredet haben dass die Leute das verstehen ist dass die Haut der größte Organ ist und egal ob es bei Tieren oder bei Menschen das ist ganz wichtig für unsere Gesundheit du musst es schützen du musst es entgiften du musst Barrieren bilden und du musst es auch äh supplementieren und du musst dich darum kümmern und ich habe an einem Hypochloride Säure Mischung gemacht gearbeitet ich habe Vitamin C genutzt Aloe Vera Vitamin B3 und geschützte Mischungen von Orthokieselsäure und ich habe auch Kaliumsäure genutzt weil ich wollte diese Barriere einfach kreieren und ich habe diese Formel während Covid in den Vereinigten Staaten gewütet hat und die Leute für die Freunde habe ich gemacht sie haben das überall mitgehabt auf die Körper auf die Nase auf den Mund gespült der Ziel war einfach Leute und Tiere gegen 5G Tektokorie, MF-Strahlung, Schwermetallen, Viren, Bakterien, Parasiten und Pilzen zu schützen und dass sie draußen bleiben und nicht in den Körper gehen und deswegen wurde dieses Produkt gemacht ich sage euch wegen den antimikrobialen Agenten die in Hypochloride Säure sind wie vorteilhaft sie für den Körper sind die machen noch das macht so viel mehr als nur schützen nur damit ihr wisst es heißt H-O-C-I und das bedeutet die Abkürzung für Hypochloride Säure H-O-C-I kann der Haut bei Allergien helfen es hilft bei Bakterien, Parasiten und Viren bei Tieren genauso es ist auch für für Vlies und bei Kleidern damit die Tiere auch nicht dem ausgesetzt werden also Borreliose zum Beispiel ist ein großes Problem das steht hier nicht auf der Slide aber bei Tieren weil es über die Haut kommt und das ist auch ganz wichtig das für die Tiere auch zu produzieren wenn man sich das sagt das könnte ein Wundenspray auch sein ja für Tiere und für Menschen also das ist wirklich mein Lieblingsprodukt was ich je gemacht habe und an dem ich gearbeitet habe sehr wichtig zu verstehen dass bei der Studie von 500 Hunden und Katzen und bei Tieren die mit H-O-C-I behandelt wurden haben sie viel weniger Hautprobleme und Irritationen gehabt Infektionen gehabt und es geht auch darum wie es bei der Wundheilung hilft bei einer Studie mit 200 Hunden und Katzen es hat eine signifikante Wundheilungsverbesserung gezeigt nur 200 also es waren jetzt nicht 5 oder 6 200 nein das war nur ein Scherz oh schau mal Kodo hat Vitamin C auch noch nächstes Slide wir haben gerade Vitamin C angesprochen ja das haben wir gemacht aber das zeigt was eine andere Studie gegeben hat dass einfach die hier 50% die Haut verbessert wurde dadurch und dass es ein Katalysator ist für die Aktivierung für die anderen Komponenten deswegen nutzt du das meistens bei den Produkten und deswegen bist du eine Biowissenschaftlerin oder und andere nicht ich weiß nicht ich vergleiche mich nicht mit anderen weil das müssen wir nicht machen aber für mich ja es gibt nur eine Person wie dich ja Vitamin B3 wurde auch benutzt wir lieben Vitamin B und Niacin war so wichtig zu nutzen weil es so viel vorteilhafte Eigenschaften hat für Tiere und für Menschen wenn Niacin oberflächlich behandelt wird bei sehr vielen Zuständen verwendet kann mit Eczemen Dermatitis helfen mit unterschiedlichen Zuständen wie Schuppenflechte bei Rötungen und Juckreiz und so weiter und auch etwas was bei sehr vielen Shampoos genutzt wird weil bei Shedding genauso vorteilhaft und ich weiß dass ihr das auch versteht also wenn es bei Shedding hilft bei Tieren wenn ihr das die Haut Skin Environware für Menschen nutzt dann wird das euch auch schützen weil sehr viele haben Problem mit Haarverlust Haarausfall nicht ich ja aber du nutzt meine Produkte die ganze Zeit ja ich weiß ja das ist ganz interessant weil wie cool ist dieses Produkt für für die für alle eigentlich das fantastische also für mich ist es wirklich ein Game Changer für Tiere ich habe auch Aloe Vera genutzt ihr könnt auch sehen was da in die Haut Pflegelinie geht es hilft bei Entzündungen es reduziert es Das hilft bei Histamin. Also alles, was man Reparatur bedarf auf der Haut, chemische Behandlungen, Schadstoffe. Du kannst Aloe Vera sehr gut helfen, auch vor allem bei Tieren. Und das kannst du auch auf die Haut sprühen und auch auf die Bekleidung von den Tieren. Also ich habe für die Tiere das gemacht, aber auch für die Menschen. Und da gibt es kleine Unterschiede. Aber wenn du das sprayst, dann solltest du es auch einreiben, oder? Damit das wirklich dann reingeht in die Haut. Also alles, was cool ist, was die Haustiere lieben werden, wenn die eingespült werden, dann bekommen sie auch Liebe, oder? Ja, dann kannst du sie einreiben, das mag Tilly. Ja, okay, komm, mach das. Ja, Bill & Q ist die Linie, das ist, ja, Haustier, das ist Bill & Q, was sie in Englisch bedeutet. Und das hat er recht. Also wenn du deine Tiere damit einsprühst, dann musst du sie auch einreiben damit. Und wenn du eine Wunde hast oder unterschiedliche Dinge, dann sprühst du dort ein, einmal am Tag. Und 24 Stunden kannst du das nochmal machen. Und dann haben sie etwas Positives für die Haut und nicht etwas Toxisches und so weiter. Das ist wirklich ganz wichtig. Ich denke, der nächste Slide geht zum Orthokieselsäure. Ja, es ist ein wichtiger Faktor beim nächsten Slide. Ganz am Ende geht es darum, wir reden über Schwermetallen und die Bekleidung für Haustiere. Und da gibt es eine Studie von einer Universität in Indiana, dass die Ergebnisse bei Otto-Kieselsäure und in Bezug auf Schwermetallen konnte mit 32% reduziert werden dadurch. Ist das gut? Ja, die Schwermetallkonzentrationen reduzieren 32%, das ist viel. Du hast ja die stärkste und bioverfügbarste Quelle von Orthokieselsäure der Natur genommen, um zu entgiften und es noch bioverfügbarer zu machen, dass es aktiver wird auf der Haut. Also was wird das uns geben? Ich denke, wir werden sehen, dass wir Tieren sehr gut helfen können bei sehr vielen Problemen. Jemand hat schon gefragt, ob man jetzt in den Mund der Tiere und die Augen sprühen kann oder irgendwo anders. Und dann sage ich immer dazu ja, obwohl es nicht dafür gedacht ist, weil es wäre eine orale Behandlung. Aber es ist eine Behandlung, die wir gemacht haben, seit einem Jahr daran gearbeitet haben. Und wir hatten das nicht für die Tiere. Und ich bin wirklich sehr glücklich, dass wir dieses Produkt haben und herausgeben können, damit wir wirklich Tieren weltweit helfen können, ob es ein Hund oder eine Katze ist oder Pferde. Ich denke, das wird wirklich super. Nächste Woche werden wir das herausgeben und die Leute können die Produkte kaufen. Und ich möchte die Informationen vorher rausschicken, damit ihr die Bedeutung von diesen Produkten versteht, was die Tiere haben können. Nächste Woche werden wir über die anderen Produkte noch reden. Also die werden den Menschen jetzt mehr Geld für ihre Haustiere oder Kinder ausgeben. Also ich gebe mehr Geld für meine Kinder aus, aber sehr viele geben noch mehr Geld für die Haustiere aus. Ich möchte nochmal hinzufügen, dass es ganz wichtig ist, dass ihr das richtig positioniert, weil das ist ein neues Publikum für uns, genauso wie die Hautpflegerlinie. Wenn wir diese unterschiedlichen Marken starten, du hast Hautpflege, du hast Fashion, du hast Umwelt, du hast die Tierlinie. Ihr müsst, wenn ihr die Gruppen wachsen lassen möchtet, müsst ihr die Leute dann adressieren, die sich auf Tiere konzentrieren, damit die Information daraus geht. Das ist ganz wichtig, das zu machen. Clay, schaust du die Fragen durch? Ja, es ist eine kürzere Präsentation. Wie sonst, wir wollten wirklich uns darauf fokussieren, dass wir uns auf diese zwei Produkte fokussieren. Und nächste Woche werden wir die anderen Produkte anschauen und euch vorstellen. Bereitet aber eure Gruppen vor, was es kommt und was kommen wird. Es ist ganz wichtig, diese Linie rechtzeitig zu starten. Wir wollten es früher, aber es ist super, dass wir das jetzt machen können. Also diejenigen, die bei der Fashion Week dabei waren, wissen, dass wir das unbedingt durchziehen wollten. Wir werden auch andere Fashion Week-Projekte für Tiere machen im Sommer. Also da werden wir, die White Bändernas werden wir haben für die Tiere, Bekleidung für die Tiere, die sie schützen wird von der Umwelt. Und der erste Push wird sein, die Nahrungsergänzungslinie für die Tiere und das freut mich extrem. Noch etwas, wir werden kurz. Wurde sowas schon jemals gemacht? Ich glaube nicht, dass so etwas schon vorher mal gemacht wurde. Wir werden Longer Lives mal anschauen, Kollagen-Formel. Darüber werden wir nächste Woche sprechen und wir werden über Any Greens nächste Woche sprechen, weil da habe ich die Formel ein bisschen verändert. Das kommt auch für die Haustiere und wie das einen Einfluss auf das Leben der Tiere haben kann. Immune-Defense-Schild werden wir auch haben für die Haustiere mit einem anderen Format, mit NED und Kersedin und Telomere und Mitochondrien. Wir können das natürlich nicht behaupten, aber es gibt so viele Studien, die zeigen, wie wichtig das ist. Die meisten Leute haben einfach die Zeit und die Energie da reingesteckt, das zu machen für die Tiere. Und wir haben das gemacht. Das war eine pagina. Untertitelung. BR 2018